Moin! Willkommen in Neumünster Hauptbahnhof. Gerade kommt ein Triebwagen Lind 54 der AKN aus Ellerau und Kaltenkirchen an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenig später kommt auch ein Lind 41 der Nordbahn als Regionalbahn RB 82 aus Bad Oldesloe an. Etwa zur halben Stunde ist Neumünster Hauptbahnhof ein Taktknoten im Regionalverkehr von Schleswig-Holstein. Der Triebwagen der AKN fährt wieder zurück nach Ellerau. Wegen vorbereitender Bauarbeiten fuhren die Züge im Mai 2023 nicht bis Hamburg-Eidelstedt. Denn die Strecke der AKN-Linie A1 wird zwischen Eidelstedt und Kaltenkirchen elektrifiziert und als S-Bahn ausgebaut. Eine Stunde später kommen wieder Triebwagen auf beiden Linien an. Wir sehen sie vom Bahnsteig zwischen den Gleisen 1 und 2. Gleisen 2 Gleisen 1 Untertitelung des ZDF, 2020 Die RB63 kommt hier gleichzeitig mit dem Regionalexpress RE7 nach Hamburg an. In Neumünster werden die Zugteile des RE7 aus Kiel und Flensburg vereinigt. Der zweite Zugteil steht schon vorne am Bahnsteig. Gleis 5, Einfahrt RE7 nach Hamburg auf Waffe. Die Zugteile des ZDF, 2020 Die Stabilion der Zugvereinigung geschaffen. Vorsicht bei der Einfahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 Die RB 63 fährt wieder nach Büsum und die RB 82 nach Bad Oldesloe. Manchmal kommen auf der A1 auch die Triebwagen des Typs VTA zum Einsatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auf den Linien RB 63 und RB 82 sollen ab Ende 2023 nach und nach die Dieseltriebwagen durch elektrische Triebwagen des Typs Stadler Flirt Akku ersetzt werden. Ihr seht nun Aufnahmen von den Zügen der RB 82 und der A1 am Bahnhof Neumünster Süd. Viel Spaß beim Ansehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020